Ehh... Ehh... Okay, da ist unser Turm. Glaubst du wirklich, dass der Schatz einfach so mitten auf einem verdammten Markt rumliegt? Oh ja, das wäre verrückt. Aber verrückt kennen wir ganz gut. Ja, das stimmt. So, und willkommen zurück zu Uncharted. So, nach einer kleinen Pause geht es jetzt auch direkt weiter. Jetzt sind wir in Kings Bay. Erinnert mich irgendwie an Havanna. Weiß nicht warum. Aber auch super, interessiert gar keinen, dass wir hier mit einer Knarre rumlaufen. Abbrütti. Darauf dürfen wir uns freuen, wenn wir in die Staaten zurückkommen. Könnte schlimmer sein, zum Beispiel Astotzka. Erinnere mich nicht daran. Ich bin nur durch. Erinnert mich. Erinnert mich. Mir habt ihr ein Piratenschatz gesehen. Sorry. Mir scheint Our mich tut mir leid der redet mit dem bullen denn die leute um entschuldigen sie meinen freund ich hab ihn lange nicht gefüttert äpfel frische äpfel nur 1500 ariari ach ich danke ihnen sehr sehr guten appetit empfehlen sie mich noch mit mehr leuten quatschen die zahlen reichs und die das ist die ich versuche es nicht das ist woher haben sie das ja mein freund das stück ist einmalig ich gebe ihnen Rabatt 500 Dollar sie machen scherze ich weiß ja nicht mal ob es echt ist ich gebe ihnen 50 400 Dollar und es ist echt ich habe noch andere interessenten dafür ach kommen sie schon 200 ok mehr habe ich nicht bei mir ich kann es unmöglich für weniger als 300 verkaufen das ist mein letztes angebot ok ich nehme es 300 necht wirklich wie jetzt hast du gesehen so feischt man wenn du das sagst haben wir jetzt einen Schacht jippie was haben wir denn antiker Kompass das ich werde dann ok ich krieg es nicht hin abruf zieh mich mal durch gibt es hier noch was wieder mit ihren Papierfrüchten ach geh mal weiter ach hier kleines Karch wie geht's dir gefällt dir das gut aber Sully komm das ist dein Lemur komm schon sag hallo schon gut hihihi niedlich hohoho hey Sully er ist wieder da ich hollo weißt du was wenn das hier vorbei ist hoffe ich mir einen verdammten Hund sollten wir hier gesund rauskommen kaufe ich dir den Hund mann darf ich ihn Victor nennen sicher hey Nate soll ich dir eins von denen kaufen die das hat er muss verrückt sein um so ein Händ zu tragen HB 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 das auch gut hier riecht etwas wirklich gut mh er hat recht das riecht gut in Bananenblättern könnten Bananenblätter sein ich muss mal durch abrütti abrütti hey na bitte verschlossen wir müssen irgendwie reinschleichen das beinhaltet das Wort schleichen schon na dann lass mich doch mal durch wow hey schau mal da das Fenster da drüben ist kaputt ja lass mich doch mal ein bisschen die Aussicht genießen echt super aus wieder hey Sully ich glaube wir kommen hier durch das sollte gehen oh man da geht's tief runter alles klar da hinten du hast dein Tempo ich meins ja wenigstens hast du eine schöne Aussicht was okay mal sehen was wir hier haben drin ist immer schon mal wow wow der ist ja viel besser ein Schuss als die anderen Schmerz er steht direkt in der Mitte der Stadt ja dann wird es wohl schwierig den Schatz rauszubringen eins nach dem anderen ziehen wir keine unnötige Aufmerksamkeit auf uns Edward Englands Siegel wie es auf der Karte stand so wonach suchen wir gute Frage wie kann man die obwohl eigentlich dumme Idee die schon oft zu machen oh eine Reisschüssel aus Nefrit und Jade könnte auch so eine chinesische Teeschüssel so eine die wird schon mal ich meine das ist aber ein hoher Glockenturm ja ja das stimmt okay na wollen wir wetten Tierkreiszeichen hey da ist der Löwe und der Stiel ja vier Zeichen und vier Glocken da oben die Dinge auf dem Boden in der Mitte sehen aus wie Schlösser verstehe leugnen wir ein paar Glocken Mist was jetzt das ist definitiv der Ort ruf Sam an geht klar Skorpion Wassermann Löwe Stiel Mailbox hey Sam wir haben wohl den richtigen Turm ruf zurück der Empfang ist nicht so gut hier kein Grund zu warten na gut hier kommen wir auf jeden Fall nicht lang nee den Sprung schaffen wir nicht ruf 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 oh verdammt hey sieh mal Sully die Uhr geht noch ja ich seh es bleibt nicht in den Zahnrädern da oben hängen mit klar ruf 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 da war jetzt schnell fokus Glück ruf 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 bist du ok ja ja Pras pass auf deine Finger auf Nate muss ich mit Augen machen nein alles klar vertrau mir Wo habe ich das schon mal gehört? Löwe. Ich hatte mal was mit einer, die war Löwe. Na, Bobel? Ah! Okay, das war echt laut. Die hat nichts gebracht, Nate. Okay, als erstes, also der Skorpion. Müssen wir dafür noch her? Ah, da müssen wir hin, wahrscheinlich, ne? Moment. Hier war der Löwe. Das ist der stammte Löwe. Skorpion. Evry war bestimmt Skorpion. Entschuldigung. Hab grad noch aufgeschrieben. Welcher Stock? Welche Etage? Oh, Mann! Hey, Nate! Wie hat funktioniert? Das Skorpionsschloss ging gerade auf. Okay, ich geh zur nächsten. Oh, Wassermann. Das ist der Stier. Wassermann. Ich weg, nette Menschen. Hä? Äh? 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 Ich bräuchte Ohr, Stöpsel! Zwei geschafft! Zwei übrig, Junge! Also, steht's. Jetzt kommt der Löwe. Zwei übrig, Junge! Diese Zwei übrig. Hiernox. Zwei übrig, Junge! Zwei übrig, Junge! Löwe ist offen! Das ist nur der Stier. Da oben. Ja, wir wissen das noch. Kommen wir schon jetzt hervor. Oh, mir ist gerade ein bisschen übel. Okay, alles klar. Hey, Sully, was von Sam gehört? Doch, nicht. Na ja, dem geht's bestimmt gut. Jetzt ist bloß ein Akku leer. Hey, das war's. Klasse. Der Stier ist offen und Avery's Siegel ist am Boden erschienen. Und? Verdammt, das war's. Mehr nicht. Aber hey, da ist diese große Glocke ganz oben. Warte, ich gehe da hoch. Okay. Okay, das war ja klar. Los geht's. Dele Mua ist der Geilte. Das war ja so auch von klar. Schnell weiter. Was hat das jetzt gemacht? Oh, 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 oh. Das hat Spaß gemacht. Wow. Tolles Panorama. Nee. Halt dich doch. Na gut, das funktioniert nicht. Ja. Bitte. Hey, ich drehe die Zeit zurück, wie ich schlecht. Okay. Okay. Jetzt haben wir's geschafft. Nein, 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 nein. Immer der gleiche Spaß. Einmal da lang und wieder hier rüber. Ich krieg bei diesem Spiel irgendwie noch einen Herzinfarkt. So, da wären wir. Da geht's rein. Es gibt hier einen Schatten. Das weiß ich. Oder auch nicht. Ich hoffe, dir geht's gut da draußen, Sam. Okay, Sally, geschafft. Gut, Junge, mach weiter. Das wird richtig laut. Da werden wir uns zwischen uns annehmen müssen. Oh, Mist. Sally, Achtung! Gott, was war da los, verdammt? Sorry, der Griff ist abgebrochen. Ja, also wirf mir nicht noch mehr auf den Kopf, okay? Muss ich sie wohl selbst, Leute. Okay, los geht's. Ich weiß nicht, was er ist, was er ist? Der hat doch nur rechts, was soll da halt. Okay, los, 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 hoch. Ich muss hoch, ich muss hoch. Oh, heilige Scheiße. Verdammt nochmal. Hey, Sonny. Oh, Scheiße. Wenigstens ist die Tür offen, was? So geht es natürlich auch. Alles okay? Keine Ahnung. Bei dir? Taub. Komm, mal sehen, was Avery für uns bereitet. Okay. Ja. Hey, schau. Die Münze. Willst du sie? Ja, klar. Warum nicht? Mal sehen, was da unten ist. Mit etwas Glück, Haufen von Gold und Juwel. Sam, endlich, bist du okay? Ich habe meinen Turm durchsucht, nichts gefunden. Tja, das ist definitiv der richtige Ort. Komm hier rüber. Ernsthaft? Okay, ich bin unterwegs. Komm. Gut. Wo kommen wir hier hin? Die Himmelsrichtungen. Da auch. Was soll das sein? Mit diesem? Hey, seid ihr unsere Jungs? Yep. Henry Avery, Thomas II. Echte Komplizen. Ernsthaft? Der Tod ist auch ein Pirat. Gut. Die Gründer. Die Gründer von was? Der schlimmstmöglichen Schnitzeljagd. Haha. Hier sind die Siegel von Avrion II. Die sind aber etwas anders. Ja, wir haben diese Sternenmuster. Die drehen sich. Aber in welche Richtung sollen sie zeigen? Oh ja. Wow. Okay. Sollen wir nachsehen? Ja, warte kurz. Mehr Piratensymbole. Adam Baldrige, Anne Bonny und Christopher Condant. Es gibt zu viele Kombinationen. Schauen wir doch mal, wo diese Tür hinführt. Ich hoffe noch auf ein paar Schätze. Da sind wir schon zwei. Hey, ich hatte recht. Baldrige, Bonnie und Condant. Sehr schön. Aber was machen die überhaupt hier? Tja, finden wir es raus. Wow, dieser Schnauzer. Beinahe so beeindruckend wie deiner. Nicht schlecht. Hey, sieh mal die Sterne. Die auf den anderen Siegeln von Avrion II im anderen Raum. Hey, du hast recht. So, was haben wir da? Ach ja, Herr Condant nannte man Einhandbill. Hier ist noch so ein Sternenmuster. Ja, aber das hier ist anders als das erste. Oh ja, gut aufgepasst. Danke. Gutes Aussehen ist nicht alles. Hm, Bonny war ein Rotschop. Das denkst du. Die Siegel von Avrion II. Die Sterne passten zueinander, weißt du noch? Ich wette, das tun die auch. Ja, wollen wir doch mal gucken. Das so. Das so. Und das so. Okay, Moment. Das habe ich einmal... Links, rechts und rechts. Links, rechts, rechts. So, wie beim Synchronisieren für die Tonspur und das Spiel. Links, links, rechts. Ja, links, rechts. Hey, das stimmt sogar. Also, wer waren diese Typen? Das, ähm, das sind, ähm... Weißt du nicht, oder? Es gab damals einen Haufen Piraten, weißt du? Wir stecken fest. Nein, gar nicht. Gib mal dein Handy. Was willst du einen Freund anrufen? Fast. Telefonjoker. Ich texte Sam. Ja, unser. Das sind eigentlich ein paar schöne Gemälde. Wenn wir keinen Schatz finden, könnten wir sie an ein Museum verkaufen. Finden wir die Sternenmuster. Die sind doch auch... Wie auf dem Rad sind die doch angeordnet. Hey, Sally, hilf mir mal. Na klar. Danke. Na, stellen wir das mal auf. Ja. Und auch hinhängen. Hm, ist wichtig. Soll ja ordentlich aussehen. Wen interessiert das? Mich zum Beispiel. Gucken wir mal. Puh, sieh dir Farrels Gesicht an. Er wäre wohl lieber irgendwo anders. Das nochmal. Hey, bist du noch im Turm? Ja, äh, gerade wieder runtergeklettert. Was ist das für ein Bild? Sag ich dir später. Sag mir erstmal, wer wer ist. Also die, die Delfine sind Richard Warned. Der Dreizirk ist Joseph Farrell. Und die beiden Hände mit Perle sind William Mays. Gut, bleib an einem Ort mit Empfang. Wir brauchen dich bestimmt noch. Warte, Nathan. Hast du den Schatz? Nein, noch nicht. Aber ich arbeite an einem Mechanismus. Ich sag Bescheid. Okay. Sind doch anders angeordnet. Weil, äh, ich meine, auf der Tafel, da auf dem Schild, dem Rat, waren die Perlen ganz recht. Das hier unten? Das hier? Hm, nein. Ach. Aha. Blinde Sau. Was hat die Statue auf Mays Porträt in der Hand? Hm, sein Schiff war die Pearl. Also vielleicht eine Perle? Ah. Na. Nahliegend. Mensch, nee, drängst er nur mit deinem Kopf davor. So. 3 in der Mitte das muss nicht das muss gedreht werden einmal rechts könnte einmal links sein und zweimal rechts also wieder links, rechts und auf den Kopf links, rechts links ach ups nach unten nach unten okay und wen haben wir hier? ich bin wirklich geschockt, dass du das nicht weißt oh ich weiß es, ich will sicher gehen, dass Sam es weiß, weißt du? er will gerne gebraucht werden, deshalb aha, natürlich nicht verlegen für dumme Ausreden ja, ich kann Schatzsucher werden was ist hier passiert da ist wohl eine Fackel runtergefallen komm, mal sehen was übrig ist ich erkenne den Kerl nicht ich erkenne den Kerl nicht er war viel jünger als die anderen Piraten das haben wir ach wer stört oh, Sam hat geantwortet ah siehst du, Sam weiß also auch nicht alles ich bin links dann links nach rechts ja, ich weiß es sehen wir uns die E-Mail da an das Affensiegel habe ich noch nie gesehen hier ha kein Name seine Aufmachung wirkt maurisch ha Yazid al-Basra wirkt indisch fast ah, der Schall halt haben die Murgulen nicht Avery ausgeraubt? Ganovenehre ja ja ob es das wirklich gibt macht dich jetzt schon Edward England kräftiger kleiner Kerl ach erst mal reingucken ok ich habe die Namen von zwei von ihnen wir sollten das trotzdem lösen können das legen wir dahin das legen wir dahin nicht wie kann man damit anfangen? hm wie kann man damit anfangen? das passt nicht Moment das auf den Kopf und das Moment, da schreibe ich mir auch Link weiter auf den Kopf Verdammter, passt dann auch mit dem nicht Ja Ah, nicht Ich hab's Nein, nicht Du Du Gehst da rüber Dann kommst du Da hin Und du Einmal nach rechts Du müsstest passen, oder? Also Kopf Links Kopf Und Recht Versuchen wir's mal Kopf 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 Boom Was haben wir hier? Ich weiß noch nicht genau Na, dann schick's doch an Sam Wirklich? Hey, aber er ist doch der Piraten-Experte Ich mein ja nur Okay, einmal Okay, einmal Zweimal Und das Letzte Okay Mal sehen, was er dazu sagt Weißt du Weißt du Das sieht fast aus Ja Was tust du? Du hast doch Fotos gemacht Halt mal Also Averys Rekruten haben ja damals wohl keine Smartphones gehabt Wahrscheinlich nicht Also wären sie Nur so auf den nächsten Hinweis gekommen Das sind Hinweise Ja, pass auf Voila Hohoho Okay Das sind wohl Fassadwinde Ja, und das sieht aus wie Breitengrade Und ich schätze, wir packen mal wieder unser Taschenkumpel Aber wohin? Was? Rodeos Quodlicentia Nein, nein, das kann nicht sein Was meinst du? Oh Gott, so offensichtlich Nate Warum hab ich das nicht eher erkannt? Jetzt spuckst du rein voraus Wovon zum Teufel sprichst du? Nein, nein, warte mal Sam, hast du die Fotos? Sieh mal an Da denke ich, ich rufe Sullivan an Und wer hebt dann ab? Wie geht's dir, Nate? Hey, Rave Ist ne Weile her Woher hast du die Nummer? Hast du sie auf einem Bierdeckel gefunden? Schön wär's Das hätte mich nur ein paar Gläser rumgekostet Nein, nein Ich hab ein Batzen Geld bezahlt Um euch zu finden Ja Ich hoffe, du hast nicht zu viel in dieses Avery-Ding gesteckt Da gibt's harte Konkurrenz Ja, du hast dich ziemlich clever angestellt Aber am Ende zählt ganz allein Wer Averys Schatz zuerst kriegt Aha, das klingt wie eine Wette Hey, Nate, du weißt, ich steh auf Wetten Nur meine Partnerin Tja, sie bevorzugt Die Vermeidung unnötiger Risiken Wow Rave Adler hat die Zügel nicht mehr in der Hand Die Zeiten haben sich geändert Hör zu, Nate Ich mach dir ein einmaliges Angebot Du lässt die Sache sein Gehst heim Lebst dein Leben Alles ist vergeben und vergessen Wegen der alten Zeiten So verlockend das auch klingt, Drave Ich muss sagen Ich bin eigentlich nicht der Typ, der aufgibt, wenn er grad gewinnt Okay Rodeos Cordley kennt ihr Für Gott und Freiheit Recht nette Bilder, Nate Guter Aufbau Du hast uns gehackt Du hast mein Kreuz geklaut Hör zu, Nate Wenn du halb so schlau bist, wie du selbst glaubst Akzeptierst du jetzt Wie sieht's aus? Hör zu, es war wirklich nett mit dir zu plaudern Aber ich hab grad noch einen Anruf Gut, Nate, nur noch eins Nate! Was? Dir, äh, dir ist doch klar, dass eure Telefone auch GPS haben, oder? Wir sehen uns dann, Kumpel Shit Lass mich raten Kerle mit Waffen sind hierher unterwegs Sam Für Gott und Freiheit Nathan, weißt du, was das bedeutet? Sam, hör mir zu Weg von der Straße, sofort Zerstör dein Telefon Was ist denn los? Dave weiß, wo wir sind Du musst dich sofort verstecken Sam Sam Verdammt Hey Ich kauf dir Neues Na gut Komm mal weg dir Das geht so in die Boxe jetzt Okay Ich glaube, das ist Sam's Turm Auf jeden Fall ist das Sam's Turm Komm schon Hier lang Der Beste ist hier Die wundert das gar nicht Die Glocken läuten Seit Keine Ahnung wie lange wieder Und dann der ganze Krach, wo alles runtergeknallt ist Sorry, Mann Komm, hier runter, Nate Nate, pass auf Scheiße Alle aus dem Blick Scheiße Diesen Scheiße Geht off Geht off Ich bin nicht 100%ig sicher, aber sie haben uns wohl entdeckt Ich bin nicht 100%ig sicher, aber sie haben uns okay da kommen wir nicht lang ich hab mich jahle gut gemacht du kannst nicht Ach, wieder nicht. Ach, wieder nicht. Ach, wieder nicht. Komm, lass uns in Ruhe! Hast du Spaß? Lass auf! Das geht ja noch nicht. So, jetzt. Man muss Munition sammeln. Sonst geht's wieder gut. Und weiter. Oh. Ah, haben wir's reingeschafft. Wie kommen wir zu Sam? Einfach immer nach unten. Genial. Nee, da sind noch mehr. Festhalten. Ach, Himmel. Oh. Sams Turm steht am Fuß dieses Hügels. Fahr weiter runter. Bist du auch raus? Ja, das ist das gut. Ich habe mich, ich würde mich nicht für einensaugeln. Ah, das muss man. Bist du. Vater, wir sind jetzt einfach niemals. Ich witte zu einer, was. Entschuldig die. Entschuldig, wir sagen. Nein, es muss man es einfach. Wo. Entschuldig. Das feinste Labyrinth. Okay, fahr einfach bergab. Ach, scheiße. Oh, ne. Oh, ne. Du sagst es doch einfach bergab. Mann, das war echt ne tolle Idee, ne? Willst du fahren? Nein, du machst das doch gut. Siehst du? Geschafft. Ach, Mist. Geht mich auf. Nein! Lass mich schon gut, lass mich schon gut! Weg ist er! Dann werden wir uns nie wieder blicken lassen! Boah! Ach komm! Ich schaff das! Ich schaff das nicht! Wir haben es geschafft! Wir sind fast da! Alter, ausschaut nach Sam! Hey, ich glaube da ist er! Da drüben! Wieder auf dem Motorrad! Was denkste was ich hier mache? Wie kommt ihr zu ihm? Keine Ahnung! Hey, was soll das? Mann Mann! Haben die langsam genug Schläge auf uns? Ja, wir leben noch! Also, wohl noch nicht! Ja! 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 Ich weiß nicht! Aber die Starke ist meist zu Ende, Kleiner! Ich weiß, ich weiß! Oh nein! Ich sehe es kommen! Nein! Ich habe doch gewusst! Das kennen wir doch aus dem Trailer! Nein! Da kommt ich denn jetzt hoch! Nein! Mist! 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 Aus dem Weg! Na komm! Kletter hoch! Warum ist der jetzt nicht hochgeklettert? Sind über pathos, darf man die ehren? Oh Mist! 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 Ist der weg? ...dass wir weg?! ukanen Usch! Runter mit dir. Runter mit dir. Öh. Was war das? Fand ich echt nicht okay. Was ist denn der blöder Kerl? Schon wieder tot. Juppa. Freut mich. Schau. 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 Komm schon. Ich hab jetzt hier ein Tauch. Ich habe hier einen Tauch. Ich habe hier einen Tauch. weg 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 ver-rackt Scheiße. Nach vorne, nach vorne, nach vorne. Och. Nach vorne, nach vorne. Schon wieder tot. Ach. Wie? Nach vorne, nach vorne. Ach. 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 Warte mal. War das jetzt echt schon wieder dieser dicke Truck? Ja, schön in die Flammen packen. Ah, da. Warte mal. 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 Das ist mal. Was ist das denn? Heilige Scheiße. Alles klar? Eine wilde Fahrt. Da schnitten wir.